Bauen und Wohnen wird immer teurer. Sie denken, sie wissen, woran das liegt. Teure Materialien, steigende Bodenkosten, hohe Zinsen. Aber ist das alles? Ich beschäftige mich mit einem Thema, über das kaum geredet wird und stoße auf undurchsichtige Ausschüsse und Menschen, die Angst haben zu reden. Warum möchte man das geheim halten? Das bin ich. Eigentlich wollte ich einen Film über Ökobau machen. Aber dann kam alles anders. Und deshalb sitze ich hier zusammen mit einer Anwältin und recherchiere. Warum werden unsere Wohnungen immer teurer? Gibt die Politik zu hohe Standards vor? Ich frage mich, wer macht eigentlich die Normen und Vorgaben, nach denen wir bauen? Das herauszufinden, wird schwerer als gedacht. Im Zentrum von Dortmund wird gebaut. Hier sollen über 700 Wohnungen entstehen. Aber seit die Preise steigen, ist es schwer möglich, unter 20 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter zu bauen. Dirk Zalewski ist Bauunternehmer. Er würde es gerne billiger machen. Aber wegen der steigenden Anforderungen geht das nicht. Ich kann mich erinnern, als ich anfing, so vor 20 Jahren, 30 Jahren, waren solche Konstruktionen halb so dick. Vielleicht? Ja. So ungefähr. Und dann nochmal so ein dicker Klopper. Also quasi so. Quasi so, genau. Das ist Beton und Stahl. Herr Zalewski, wie viel wird es feurer, die 70 Zentimeter? Das ist einfach. Doppelt so viel Materialkost, doppelt so viel Geld. Also ziemlich genau 100 Prozent mehr. Und was heißt das für Sie? Das heißt für uns, dass wir in einer Phase, wo die Zinsen bei 0 oder 1 Prozent waren, das noch nicht so wirklich gemerkt haben. Aber in der jetzigen Phase, wo die Zinsen bei 4 Prozent liegen, dass das für die allermeisten Menschen nicht ansatzweise erschwinglich ist. Ohne, dass jetzt für mich wahrnehmbar die Häuser signifikant besser geworden wären. Aber sie sind vor allem eins viel, viel teurer geworden. Was er damit meint, will er uns auf der Baustelle zeigen. Es gibt viele Gründe, weshalb Bauen immer teurer wird. Steigende Zinsen plus steigende Preise, zum Beispiel für Zement und Stahl. Rund 5.000 Euro pro Quadratmeter kostet Bauen derzeit in den Großstädten. Daraus ergibt sich eine Kaltmiete von rund 20 Euro pro Quadratmeter. Für viele unbezahlbar. Und die Anforderungen, nach denen wir bauen, steigen weiter. So, das sind jetzt diese dicken Dinger hier. Das sind 70. Da haben wir einen Zollstock dran. Das Problem mit den dicken Decken hat er nicht nur in der Tiefgarage, sondern auch im Wohnungsbau. Wir wissen jetzt aus einer neuen Studie, die wir gerade vorgelegt bekommen haben, dass die Franzosen zum Beispiel halb so dicke Betonbauteile haben. Und auch die Niederländer bauen das durchaus mit 15er oder 18er. Und auch wenn ich jetzt nicht ironisch sein soll, mir bleibt nichts anderes. Wir sind es in Deutschland gewohnt, immer gleich zwei Schippen draufzulegen auf das Mindestmaß. Eigentlich sind diese technischen Vorgaben nur Empfehlungen. Aber aus Haftungsgründen werden sie häufig verbindlich. Und das führt zu Problemen. Meine Güte. Eins, zwei, drei Packungen Beton übereinander. Wahnsinn. Wahnsinn. Da ist nichts drüber. Da steht ja noch immer ein Haus drauf. Wahnsinn. Das regt mich fürchterlich auf. Und es hört auch nicht auf, mich aufzuregen. Und ich bin seit vielen Jahren ja auch in Politik und auch ein bisschen im Normungswesen dabei zu versuchen, den Menschen verständlich zu machen, was eigentlich draußen hier vor Ort passiert. Was wir an Herstellungskosten haben und was das am Ende für die Menschen an Wohnkosten bedeutet. Insgesamt fehlen bundesweit ungefähr eine Million Wohnungen. Betroffen sind besonders Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen. Eine davon ist Tina. Sie sucht gemeinsam mit ihren zwei Kindern eine neue Bleibe. Da sind auch nur drei Zimmer für 1600 Euro Kaltmiete. Das ist ja verrückt. Raumhafte Drei-Zimmer-Wohnung, aber auch 1000 Euro Kaltmiete. Und mein erster Blick fiel hier so auf Kaltmiete 675 Euro. Das klingt ganz gut, aber dann habe ich genauer geguckt und es ist nur ein einziges Zimmer. Und das ist natürlich krass. Das sind einfach Preise, die wir uns nicht leisten können. Die studierte Historikerin kann wegen einer chronischen Erkrankung nur eingeschränkt arbeiten. Für die Miete hat sie weniger als 1000 Euro im Monat. Die Kinder dürfen wir nicht zeigen. Gerade leben alle in einer Wohnung mit Zeitvertrag. Der 15-jährige Sohn wünscht sich ein Zuhause, in dem auch seine Mutter ein eigenes Zimmer hat. In der Vergangenheit musste die Mama meist im Wohnzimmer auf der Couch schlafen. Das Geld reicht nicht für drei Schlafzimmer. Das war mal ganz anders. Vor sieben Jahren lebte Tina mit dem Vater ihrer Kinder im eigenen Haus. Wir haben dieses Haus gekauft und dann haben wir uns getrennt. Und ab dann ging halt für mich die Wohnungssuche los. Nach der Scheidung erlebt Tina, dass eine bezahlbare Wohnung nicht selbstverständlich ist. Aus dem eigenen Haus zieht sie in eine Ferienwohnung. Ein Winter ohne Heizung. Danach schläft sie im Wohnzimmer auf der Couch. Vier lange Jahre. Fun für die Kinder. Aber Stress, wenn man über Jahre keinen Rückzugsort hat. Diese Wohnung ist jetzt das Beste, was sie seit langem finden konnte. Straßenlärm und schlechte Wärmedämmung nimmt sie in Kauf. Aber die Miete frisst weit über die Hälfte des Einkommens. Ich war, um da auch ganz ehrlich zu sein, die letzten zwei, drei Monate darauf angewiesen, dass auch mein Vater oder meine Schwester und mein Schwager uns am Ende des Monats nochmal einen Zuschuss geben. Damit einfach auch nochmal Schulmaterialien gekauft werden können oder der Abschlag für den Strom gezahlt werden kann. In wenigen Monaten geht der Stress von vorne los. Tina muss ausziehen und die angebotenen Wohnungen sind entweder zu teuer oder zu klein. Das Problem, alle Mieten steigen, wenn der Neubau teurer wird. Die Bauunternehmer beklagen die immer höheren Anforderungen. Mehr Sicherheit, mehr Komfort und in der Folge mehr Kosten. Dirk Salewski engagiert sich im Präsidium des Deutschen Instituts für Normung. Er ist der Meinung, dass etwas aus dem Ruder gelaufen sei. Die Frage ist, welches Niveau norme ich? Will ich die absolute Weltraumspitzentechnologie als Standardnorm haben? Was wir nicht haben, auch in meiner Wahrnehmung nicht haben, ist, dass wir Maß und Mitte normieren. Dass wir sagen, komm, das ist für bestimmte Zwecke ausreichend. Nicht, das ist das Beste der Welt, sondern es ist ausreichend. Und das wäre, glaube ich, auch ein wichtiger Hinweis mal ans DIN zu sagen, wir machen mal eine Norm fürs Normale. Warum sind die Standards, nach denen wir bauen, so hoch? Und wer legt die eigentlich fest? Ich dachte immer, das würde nur die Politik machen. Aber tatsächlich ist es auch ein gemeinnütziger Verein. Das Deutsche Institut für Normung, genannt DIN, soll die Entstehung von Normen überwachen. Eine Norm kennen wir alle, DIN A4-Papier. Dadurch, dass alle eine Größe verwenden, passen die Dinge zueinander. Das bringt Vorteile. Das DIN-Institut berechnet eine Wertschöpfung von 17 Milliarden Euro. Unser ganzes Leben ist durch Normen geregelt. Es gibt Normen für Verkehrsführung für Straßenfahrzeuge, für Dachneigungen, für Fenster und Türen, für Wandstärken. Insgesamt rund 33.500 Normen. In das Deutsche Institut für Normung kommen tausende Experten aus allen Teilen der Gesellschaft und arbeiten mit. Freiwillig. Denn eine Norm, die für alle gilt, soll auch von allen unterstützt werden. Ich recherchiere, wie eine Norm überhaupt gemacht wird. Auf der Website des DIN finde ich Angaben zu sogenannten Normungsausschüssen. Aber die erstellen gar keine Normen. Dafür sind die Arbeitsausschüsse zuständig. Jede Norm hat einen eigenen Arbeitsausschuss. Insgesamt gibt es Hunderte davon. In jedem einzelnen Ausschuss sitzen Experten aus vielen Bereichen der Gesellschaft. Sie entwerfen eine Norm und diskutieren so lange, bis alle mit dem Ergebnis zufrieden sind. Soweit die Theorie. Ich suche Menschen, die hier mitgearbeitet haben. Aber immer wieder bekomme ich Absagen. Das DIN habe sie zur Vertraulichkeit verpflichtet. Warum diese Geheimhaltung? Dann finde ich einen. In Niedersachsen auf dem Plattenland. Ulrich Steinmeier ist Ökonom und Naturbaustoffhändler. Ein Jahr lang hat er im Auftrag der Umweltverbände in der Normung mitgearbeitet. Auch er erzählt mir, dass es nicht gewünscht sei, über die Abläufe in den Ausschüssen zu sprechen. Aber er habe etwas Überraschendes erlebt, was er uns mitteilen möchte. Das ist natürlich industrielastig, weil in den Normungsausschüssen, also in den Arbeitsausschüssen, quasi kann man reinberufen werden, muss man aber auch was für bezahlen. Das heißt, alle Akteure, die nicht über viel Geld verfügen und über eine große Organisation, haben erstmal Schwierigkeiten, das entsprechend zu bestücken. Von daher sitzen da die großen Industrien drin, die auch was zu verlieren haben oder zu gewinnen haben, je nachdem wie eine Normung ausfällt und gucken, dass nichts gegen ihre Interessen läuft. In der Baunormung sitzen laut Steinmeier vor allem die Großen der Baubranche. Die Teilnahme kostet etwa 1200 Euro im Jahr. Die Umweltverbände erhielten zwar eine Vergünstigung, seien aber dennoch häufig in der Unterzahl und hätten wenig Einfluss, sagt er. Normen sind Fluch und Segen. Also Segen, wie gesagt, ich will mich nicht drüber unterhalten, dass mein Stecker da jetzt passt. Ich will da eine Steckernorm haben, dass ich jeden Stecker in jede Steckdose reinpacken kann. So und Fluch ist es natürlich, weil das auch eine Menge Folgen hat. Ulrich Steinmeier kritisiert, dass Normen einerseits beschreiben, wie wir bauen, aber gleichzeitig seien in den Ausschüssen nicht immer alle Interessen gleichmäßig vertreten. Das habe er selber bei einem Ausschuss so erlebt. Ah ja, hier habe ich es mal ein bisschen aufgeschrieben aus meinem eigenen Protokoll. Und man sieht ja auch sozusagen, wer hier vertreten ist. Also das ist die Zementindustrie, Ziegelindustrie, Gipsindustrie, Holzbau. Das sind so die Wesentlichen, die da jetzt vertreten sind. Und das Problem ist sozusagen einerseits, es kostet Geld da reinzukommen. Das größere Problem ist aber andererseits, du brauchst eigentlich jemanden, der dann auch noch eine Woche Zeit oder zwei Wochen Zeit hat, sich da jeweils durchzuarbeiten, um da auch vernünftig Stellung zu beziehen zu können. Und es war auch kennzeichnend für diesen ganzen Normungsausschuss, dass praktisch die wesentliche Arbeit, um da voranzukommen, wurde von den wissenschaftlichen Akteuren geleitet. Die Firmenvertreter, die haben immer genau dann was gesagt, wenn es ihre Interessen betroffen hat, den ganzen anderen Prozess, da haben die eigentlich so, lass mal laufen. Wir sitzen hier, um unsere Interessen zu wahren. Schluss. Steinmeier sagt, große Unternehmen können Mitarbeiter abstellen, die sich nur mit der Normung beschäftigen. Kleinen Unternehmen ist das nicht möglich. Die Eintrittsgebühr sei demnach also nur ein Faktor. Kleine Unternehmen haben da gar keine Chance eigentlich und gar keine Möglichkeit mitzumachen, weil sie weder den Aufwand noch die Kosten dafür tragen können. Das ist also im Prinzip natürlich dann Großindustrie, was da sitzt. Nach dieser Aussage könnte die Großindustrie einen wesentlichen Einfluss auf die Normen haben. Welche Rolle würde das beim Anstieg der Mieten spielen? Ist das ein Einzelfall? Wie sind die Arbeitsausschüsse eigentlich besetzt? Dazu frage ich ein Interview im Deutschen Institut für Normung an. Daniel Schmidt ist Mitglied im Vorstand des DIN. Er widerspricht der Darstellung, dass hier nur die Großindustrie vertreten sei. Ich verstehe, dass es gerade für kleine und mittelständische Unternehmen natürlich schwieriger sein kann, nicht nur den Kostenbeitrag aufzubringen, sondern insbesondere, wie Sie richtig sagen, auch die Arbeitszeit quasi überhaupt mal einrichten müssen und die Kosten dafür tragen müssen, um den Normungsprozess zu begleiten. Und dafür haben wir verschiedene Angebote. Wir stellen sicher, dass der Normungsprozess unabhängig, transparent erfolgt. Wie sehr steigen Baukosten und in der Folge auch die Mieten durch einzelne Normen? Normen sind ein Rationalisierungsinstrument. D.h. Normen führen dazu, dass Baukosten sinken. Laut einer Studie des DIN hätten steigende Anforderungen in der Normung nur unwesentliche Auswirkungen auf die Baukosten. Ein Insider, der anonym bleiben will, schickt mir allerdings eine andere Berechnung. Demnach würden steigende Standards durchaus zu einem Anstieg der Baukosten führen. Ein Beispiel. Die Norm DIN 18015 beschreibt, wie viele Steckdosen in jedem Raum sein sollten. Höhere Anforderungen in der Norm verursachen höhere Kosten. Von 75 Euro pro Quadratmeter würden die Kosten auf 88 Euro pro Quadratmeter steigen. Was stimmt also? Wer hat recht? Überraschenderweise komme ich über Tina der Antwort einen Schritt näher. Tina hat inzwischen ein Angebot für eine günstige Mietwohnung erhalten. Die Miete soll bei weniger als 7 Euro pro Quadratmeter liegen. Kann das sein? Tina nimmt uns mit zu der Hausverwaltung. Was erhofft sie sich von einer neuen Wohnung? Also Luxus wäre für mich, ein eigenes Schlafzimmer zu haben, eine Tür zum Zumachen, um mich mal zurückziehen zu können. Die Entwicklung im Wohnungsbau berücksichtigt solche bescheidenen Wünsche nur selten. Stattdessen führen immer höhere Anforderungen zu immer weniger bezahlbarem Wohnraum. Dieser Anbieter vermietet staatlich geförderte Wohnungen. Darf ich den Jack abnehmen? Sehr gerne, vielen Dank. Marco Hausen leitet die Hausverwaltung. Freut mich sehr, hallo, sehr gerne. Also wir haben ja insgesamt 60 Wohnungen in der Vermietung, haben jetzt über 8000 Anfragen über das Portal erhalten. Speziell jetzt auf Trier bezogen bzw. die Gegend um Trier zeigt es ganz klar, dass der Bedarf an Wohnungen massiv da ist, dass wir definitiv auch zu wenig Wohnungsangebot haben. Um in dieses Haus einziehen zu können, muss man einen Wohnberechtigungsschein vorlegen, der abhängig vom Einkommen erteilt wird. Perfekt. Zwei bis fünf Zimmerwohnungen werden hier angeboten. Sozialer Wohnungsbau mit Balkon- und Fußbodenheizung für 6,40 Euro pro Quadratmeter. Aber ist überhaupt noch was frei? Wir haben ja drei Häuser in der Form im Angebot. Das erste Haus ist schon komplett weg. Das haben wir ganz vermietet. Und hier haben wir jetzt auch noch ein paar Wohnungen frei. Ja, wie viel Schlafzimmer hat die Wohnung? Das ist ja eine Vier-Zimmer-Wohnung, drei Schlafzimmer plus Wohn-Essbereich. Wäre das was? Ja, perfekt. Super. Ja? Das ist noch ein bisschen das Gefühl, zu schön, um wahr zu sein. Gerade jetzt, wo es so kalt geworden ist und in der alten Wohnung, es zieht überall und man bekommt es gar nicht richtig geheizt und ich schlafe mit drei Bettdecken über mir. Ist das wirklich alles real und hat die Suche ein Ende? Sechs Jahre hat Tina eine Wohnung gesucht. Wie also war es möglich, hier bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Staatliche Förderungen sind das eine. Aber die Häuser, die hier entstehen, sind aus Holz-Hybrid-Bauweise, energieeffizient und ökologisch. Warum also sind hier die Baukosten niedriger als bei vergleichbaren Häusern? Jan Eitel ist Projektentwickler. Sein Ansatz, er hinterfragt die Normen, nach denen wir bauen. Wir machen uns Regeln, gerade mit den Normen, die das Bauen enorm verteuern und die vor allem eins sind, die sind unsinnig. Und durch das Hinterfragen dieser Normen, wie kann man es so machen, dass es genauso gut ist, sparen wir auch noch Geld. Und das Witzige ist, was wir jetzt gebaut haben, funktioniert besser als das, was die Richtlinie eigentlich vorgibt. Jan Eitel hat lange klassisch gebaut, bis er festgestellt hat, dass immer mehr Menschen den Wohnraum nicht bezahlen können, wenn die Standards weiter steigen. Deshalb wagt er ein Projekt mit hohem Risiko. Statt allen Vorgaben blind zu folgen, überlegt er mit den Handwerkern, welche Normen man reduzieren kann, weil sie für die Sicherheit nicht relevant sind, aber viel Geld kosten. Das lassen wir das nächste Mal bitte auch weg. Das sieht zwar schön aus, aber das ist auch schon alles. Gemeinsam mit dem Polier Michael Scholtes überprüft er die Elektroausstattung. Scholtes ist neu im Team und soll die Herangehensweise kennenlernen. Wir haben Auslässe hier für Wandlampen und wir haben 1, 2, 3, 4 Auslässe für Deckenlampen. Ich hätte jetzt mal gesagt, entweder oder. Das sind jetzt Kleinigkeiten, aber die können wir das nächste Mal einfach besser machen. Auch wenn es nur um 3,50 Euro geht. Es kommt wirklich auf jeden Cent an, was das angeht. Einfach zu verstehen ist die Sache mit den Steckdosen. Auch hier sind in jedem Zimmer jede Menge davon. Laut neuster Fassung in der DIN-Norm 18.015 wären 18 Anschlüsse alleine in der Küche ein guter Standard. Das hatte genau den Effekt, den wir gerade besprochen haben. Jetzt ist ja das Einsparungspotenzial und der Anteil von Steckdosen, auch wenn es extrem viele Steckdosen sind, marginal. Widerspruch, da widerspreche ich Ihnen sofort. Sie sagen, das Einsparungspotenzial von Steckdosen ist marginal. Nein, ist es nicht. Weil es ist ja nicht die Steckdose, die 14,95 Euro kostet, sondern es ist ja die ganzen Prozesse, die hinten dran sind. Wenn ich eine Steckdose in eine Trockenbauwand bringen will, muss ich die Strippen dafür ziehen. Das heißt, die Kabel laufen in der Wand. Damit die Kabel dort laufen können, muss die Wand erst mal stehen. Die ist dann einseitig beplankt. Die kann nicht fertig gebaut werden. Die Dämmung kann nicht reingemacht werden. Der Elektriker muss kommen. Der muss die Kabel ziehen. Dann müssen die Aussparungen gemacht werden. Erst wenn der fertig ist und alles verkabelt ist, kann es mit der Wand weitergehen. Das hält mir den Bauprozess wieder auf. Es geht tatsächlich darum, jede einzelne Steckdose zu hinterfragen. Und nicht darum, dem Mieter irgendwie das mühsam zu machen, dass er jetzt lange gucken muss, wo er den Staubsauger einsteckt. Da denken wir schon mit. Das muss schon da sein. Ich zeige ihm die Berechnung, die mir zugespielt wurde. Auch er ist der Auffassung, dass sich rund 13 Euro pro Quadratmeter sparen lassen. Seine Lösung, zurück zu Maß und Mitte, statt immer mehr zu machen. Er hinterfragt alle technischen Vorgaben, macht Wände dünner, die Wohnfläche größer und senkt so insgesamt die Baukosten. Ein weiterer Diskussionspunkt, der Schallschutz. Lass uns mal hier reingehen. Ich will dir was zeigen. Lass uns mal hier gucken. Weil hier ist die Tür schon fertig. Wir haben doch gerade über Normen gesprochen. So, jetzt pass auf. Wir bauen ja schon immer den erhöhten Schallschutz. Es gibt den Mindestschallschutz, es gibt den erhöhten Schallschutz. Die neue Norm sagt aber, das kann man hier ganz gut erklären, dass das, was wir hier machen, obwohl wir so eine Luxustür hier haben, sogar mit farbigen Blättern und mit allem drum und dran, das reicht nicht mehr. Weil du könntest jetzt durch diese Tür Lärm vom Treppenhaus wahrnehmen. Das müssten wir jetzt machen, wenn wir die neueste Norm einhalten würden. Wir müssten hier nochmal eine Diele bauen. Das heißt, an der Stelle hier wäre nochmal eine Tür. Und das ist so ein Quatsch, wo ich sage, hä, das war jetzt über Jahrzehnte lang gut, hat sich noch nie einer beschwert. Ja, wir haben schon den erhöhten Schallschutz. Beim Lärmschutz steigen die Anforderungen häufig aus gesundheitlichen Gründen. Aber schützen diese Maßnahmen tatsächlich? Und sind wir bereit, dafür immer mehr zu bezahlen? Mit diesen Fragen experimentiert Jan Eitel gemeinsam mit seinem Team seit sieben Jahren. Hallo. So, sorry, dass ich zu spät bin. Grüß dich. Normen reduzieren. Darf man das überhaupt? Jan Eitel arbeitet seit Jahren in einem Team mit Simon Eul und Michael Herrer. Das Risiko, das sie eingehen, weglassen oder reduzieren von Normen, kann zu Haftungsansprüchen führen. Auch wenn Normen eigentlich nur eine Empfehlung sind, die Gerichte nehmen sie häufig als Grundlage für die Rechtsprechung. Jan Eitel erklärt seinen Vertragspartnern deshalb jede einzelne Maßnahme und ist darauf angewiesen, dass alle mit ihm an einem Strang ziehen. Wir dürfen nichts weglassen, was sicherheitsrelevant ist. Wir dürfen nichts weglassen, was irgendwie dann so aussieht nach dem Motto, na ja, wer wenig Miete zahlen will, kriegt wenig Komfort. Meine Wette ist, man merkt das nicht. Man merkt das nicht. Und das ist eigentlich die Wette, die wir eingehen müssen. Jede technische Regel wird überprüft. Ist der Anstieg der Standards sinnvoll? Welche Kosten entstehen? Und profitieren davon der Käufer und der Mieter? Oder zahlt man nur für teure Produkte? Oder bei den Fischen? Was heißt das zeitlich? In der Bauzeit. Ja? Was spart es uns? Locker vier Monate schneller. Geil. Wenn wir alles so machen würden, wie die Normen und die DIN es als bestmöglichstes Level sehen würden, dann kann ich nur noch für die Reichen und die Schönen und die ganz schön Reichen bauen. Weil dann funktioniert es sicherlich nicht mehr. Jan Eitel wagt ein Experiment mit Risiko. Er ist überzeugt, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Aber kann er den günstigen Preis auch in der jetzigen Situation halten? Wir begleiten den Bau bis zum Einzug der ersten Bewohner. Stück für Stück wird mir klar, welche Auswirkungen Normen auf unser tägliches Leben haben. Ich gehe ins Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg. Finde ich hier mehr über das DIN-Institut heraus? Vielleicht sogar, wer in den Arbeitsausschüssen sitzt? In dem Archiv lagern die Unterlagen aus 100 Jahren Vereinsgeschichte. 1917 wurde der Verein gegründet, als Normenausschuss der deutschen Industrie. In der heutigen Satzung heißt es, dass die Normen unter Wahrung des öffentlichen Interesses und in transparenten Verfahren erarbeitet werden müssen. Aha, es geht also nicht nur um die Industrie. Außerdem ist das DIN gemeinnützig und bekommt Steuergelder in Millionenhöhe. Ich frage eine Rechtsanwältin und Expertin für Informationsfreiheit um Rat. Auch im Vertrag zwischen dem Deutschen Institut für Normung und der Bundesrepublik ist festgelegt, das öffentliche Interesse muss bei der Normung berücksichtigt werden. Das heißt, auch wir, die Anwender und Verbraucher, sollen profitieren. Das leuchtet ein, denn die Auswirkungen auf unser Leben sind riesig. Und trotzdem bleiben die Ausschüsse geheim? Ich würde sagen, schon aus Rechtsstaatlichkeitserwägungen und aus dem Demokratieprinzip hinaus besteht eine gewisse Verpflichtung zur Transparenz. Weil diese Standards Gesetzeskraft haben, weil sie von der Rechtsprechung aufgegriffen werden. Und weil dann Gerichte anhand dieser Normung und der Standards entscheiden, ob jemand rechtswidrig oder rechtmäßig gehandelt hat, ob jemand das richtige Material verwendet hat oder nicht. Und dem können ja auch am Ende Schadensersatzansprüche folgen. Eine Verpflichtung zur Transparenz. Wird die wirklich eingehalten? Ich frage noch mal in Dortmund bei Dirk Salewski nach. Er ist vom Sinn der Normung zwar überzeugt, äußert sich aber trotzdem kritisch. In seinen Augen haben viele Normen auch deshalb einen so hohen Standard, weil sich die Interessen einzelner Gruppen besser durchsetzen. Das liegt an dem System, dass jeder, der das Geld und das Personal hat, sich in einen Ausschuss einzukaufen, das dann tut. Und alle Leute, die das Geld und das Personal nicht haben, das eben nicht tun. Also die Großen können es und die Kleinen fallen hinten rüber. Das ist das Kernproblem. Bei aller Kritik ist es auch für Salewski schwierig, sich zu äußern. Es gelte eine Vertraulichkeitsvereinbarung. Dennoch wünscht auch er sich mehr Transparenz bei der Besetzung der Ausschüsse. Was sagen Sie dazu, dass Arbeitsausschüsse nicht transparent sind? Ich halte das für hochgradig bedenklich. Weil das ist alles andere als demokratisch. Und ich finde gerade solche Prozesse müssen an sich selbst auch den Anspruch haben, öffentlich kontrollierbar und überprüfbar zu sein. Ich meine, wir haben jetzt so etwas wie ein Informationsfreiheitsgesetz. Wenn unsere Regierung irgendwas tut, dann hat jeder Journalist die Möglichkeit, das zu hinterfragen, sich den E-Mail-Verkehr zwischen den Spitzenbeamten durchzulesen. Und im technischen Normwerk soll das nicht gelten. Das erschließt sich mir nicht. Was sagt das Deutsche Institut für Normung zu der Kritik? Was passiert in den Arbeitsausschüssen? Und wer kontrolliert die Besetzung? Zur Erinnerung. Eine eigene Norm regelt die Arbeit. In einem ausgewogenen Verhältnis sollen in den Arbeitsausschüssen Experten aus Wirtschaft, Forschung, Verbraucherschutz, Umweltverbänden, Gewerkschaften, Gutachtern und der öffentlichen Hand so lange diskutieren, bis alle einverstanden sind. Wird die Besetzung der Gremien im Deutschen Institut für Normung kontrolliert? Ich habe keine Angst vor dieser Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir sicher bin, weil ich weiß, dass die Ausgewogenheit der Besetzung der Gremien für uns ein hohes Gut ist. Halten Sie es für denkbar, dass eine einzelne Interessensgruppe über 50 Prozent eines Arbeitsausschusses besetzt sozusagen? Nein. Er ist also der Ansicht, von einer Interessensgruppe sitzen nicht mehr als 50 Prozent am Tisch. Das wird später noch wichtig. Doch wer genau redet damit? Z.B. bei der Norm für Schallschutz? Dann können Sie es mir jetzt ganz gleich zur Überprüfung vorlegen, wer saß in diesem Arbeitsausschuss? Ich könnte nachgucken, ja, aber es ist eben derzeit nicht vorgesehen, es tatsächlich zu veröffentlichen. Mich würde interessieren an der Stelle, wo genau ist das festgeschrieben, dass es nicht vorgesehen ist? Es ist derzeit keine Praxis, dass die einzelnen Mitarbeitenden Personen öffentlich genannt werden. Habe ich verstanden, aber wo ist das festgeschrieben? Also wo ist das nachlesbar? Weil Sie haben die DIN 820, in der drinsteht, wir sind transparent. Sie haben den Vertrag mit der Bundesrepublik, da steht auch was von Transparenz. Wir haben den WTO-Kodex, Sie haben die Satzung. Überall wird von Transparenz geredet. Warum ist an dieser, an genau dieser ganz wichtigen und sensiblen Stelle intransparent, wer mitarbeitet? Ich hatte gesagt, es ist ein etabliertes Verfahren. Es hat sich historisch entwickelt. Und wir sind dabei, auch diese Frage, diese Transparenzfrage, die Sie zu Recht auch stellen, zu behandeln, intern zu behandeln, ob es Möglichkeiten gibt, auch an dieser Stelle mehr Transparenz zu schaffen. Das Ergebnis kann ich allerdings nicht vorwegnehmen. Bis zum Ende der Dreharbeiten Anfang April 2024 sind keine Veränderungen öffentlich geworden. Außerdem entgegnet das Deutsche Institut für Normung, dass sich jeder an der Normung beteiligen kann. Das probieren wir aus. Findest du was? Ja, ich habe es jetzt gefunden. Also man kann hier beim DIN-Institut auf der Webseite auf den Reiter mitwirken klicken. Und dann sieht man da die aktuellen Normentwürfe. Ja genau, also dadurch, dass immer gleich der Preis als allererstes angezeigt wird, das finde ich schon sehr abschreckend. Also da denkt man, das waren jetzt eben 50 Euro. Da gucke ich dann ja nicht mal eben rein. Also sehr spannend, dass wir jetzt aber da nicht weitergekommen sind, würde ich sagen, oder? Also dass das jetzt schon so kompliziert ist. Leicht erscheint uns die Mitarbeit nicht. Entgegen der Aussage des DIN, die das für gut machbar halten. Auch sei die Mitarbeit nicht mit Kosten verbunden. Sobald Normen in den Gesetzen erwähnt werden, sind sie verbindlich. Ich frage mich, wie gehen Parlamentarier mit der Intransparenz bei der Besetzung der DIN-Arbeitsausschüsse um. Kassem Tahir Saleh ist Bauingenieur und Obmann für Bündnis 90 Die Grünen im Bauausschuss. Er müsste doch wissen, wer in den Ausschüssen sitzt. Ich persönlich müsste da noch mal genauer nachhaken. Ich muss Ihnen ehrlicherweise gestehen, diese konkrete Frage habe ich weder dem Wirtschaftsministerium gestellt noch dem DIN-Ausschuss. Ihm ist also bislang nicht bekannt, dass die Besetzung der Ausschüsse geheim bleibt? Ist dadurch eine illegitime Einflussnahme möglich? Er will dem nachgehen und wird mir in ein paar Wochen Zahlen vorlegen. Die werden den Verdacht in einem neuen Licht erscheinen lassen. In der Zwischenzeit frage ich verschiedene Landesbauministerien an, welche Möglichkeiten es gibt, das Bauen zu vereinfachen. Öffentlich äußert sich v.a. eine Ministerin kritisch. Ja, hallo, schönen guten Abend, bitte schön. Guten Abend, ich habe einen Termin bei der Frau Ministerin. Ja, Name ist ich? Mein Name ist Mischke. Ja, bitte. Danke Ihnen. Gerne. Viel Zeit bekommen wir nicht. Aber es reicht für ein 20-minütiges Interview bei der Bauministerin von Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach. Was ich zu hören bekomme, erstaunt mich. Auch die Bauämter leiden unter der bürokratischen Last immer neuer Normen. Ministerin Scharrenbach hat eine klare Forderung. Wir brauchen in der Bundesrepublik Deutschland einfach mal ein Normenmoratorium. Also wirklich mal Luft zum Atmen, eine Zeit, wo es keine neuen Normen gibt, damit alle Beteiligten sich am Bau mal in Ruhe auf das alles einstellen können. Wie weit reicht also die Hand der Politik? In 2 Tagen ist Bauministerkonferenz und die Länder wollen entscheiden, wie der Gesetzgeber zukünftig mit den Normen umgeht. Wir können das Gespräch während der Autofahrt fortführen. Weiß die Landesbauministerin eigentlich, wie die Arbeitsausschüsse im Institut für Normung besetzt sind? Also ich habe mich noch nie wirklich damit auseinandergesetzt, wer sitzt in diesen Gremien. Weil hinterher, wenn das sollte, dass mal irgendwie zur Verwaltungsvorschrift und damit zwingendes Recht werden, dann höre ich das schon. So, weil natürlich auch Vertreter aus den obersten Behörden dabei sitzen. Aber die sind halt nicht in der Mehrheit. Das muss man einfach so sehen. Das DIN ist von der Bundesrepublik beauftragt. Und trotzdem wissen Politiker nicht, wer in den Ausschüssen mitarbeitet? In Baden-Baden tagen die 16 Landesbauministerinnen und Minister. Das Baurecht ist in Deutschland so geregelt, dass jedes Bundesland eine eigene Bauordnung hat. Ein weiterer Grund, weshalb Bauen kompliziert und dadurch immer teurer wird. Ina Scharrenbach will erreichen, dass alle gemeinsam die Normen in den Gesetzen regulieren. Das heißt aber auch, 16 Landesbauministerien müssen sich einigen. Nach ein paar Stunden Wartezeit kommt endlich die Nachricht. Die Bauministerkonferenz hat heute ausdrücklich erklärt, wir werden in Bezug der Vorschriften und Normen nur noch solche einführen, die sich positiv entweder auf geringere Baukosten oder auf eine Reduktion des bürokratischen Aufwandes oder sich positiv auf das einfache Bauen auswirken werden. Ein wichtiger Schritt. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Änderungen nur auf die Normen beziehen, die Teil der Landesbauordnungen sind. Das ist aber nur ein Bruchteil der Normen. Und wer die festlegt, wissen wir immer noch nicht. Das heißt, in dem Vertrag ist auch geregelt worden, dass in Zukunft die Arbeitsausschüsse transparent gemacht werden? Das kann ich Ihnen jetzt in diesem Fall noch nicht mal sagen, weil für uns die zwei zentralen Punkte als Bauminister eben war, wie zugänglich sind die Normen selber und zum anderen eben klar zu sagen, wir erhöhen die Transparenz in der Normung. Was ist das Mindestmaß und was geht eben auch darüber hinaus, was Bauherrschaften nicht unbedingt zu beachten haben? Ein Schritt, den sicher viele Bauunternehmer begrüßen werden. Für mich ist aber eine Frage immer noch offen. Wer genau legt diese Normen fest? Der Grundsatz der Normungsarbeit lautet, dass die Vorgaben nicht zum Vorteil Einzelner führen dürfen, sondern Nutzen für alle bringen sollen. Warum aber müssen dann die Besetzungen der Arbeitsausschüsse geheim bleiben? Ich hatte Ihnen ein Beispiel genannt, dass Unternehmen auch teilweise nicht bereit sind, eben Ross und Reiter zu benennen, wer mitgearbeitet hat, weil dort auch entsprechende Ängste bestehen, dass man kartellrechtlich angreifbar sein kann zum einen, beziehungsweise dem Vorwurf ausgesetzt ist, seine Interessen eben ungenügend umgesetzt zu haben. Zusammengefasst, man habe Bedenken, die Namen der Unternehmen zu veröffentlichen, und zwar aus kartellrechtlichen Gründen. Was sagen unabhängige Wissenschaftler dazu? Christian Kersting ist Professor für Kartellrecht. Ich zeige ihm das Interview. Warum diese Frage noch nie aufgekommen ist, wer da eigentlich beteiligt ist, keine Ahnung, wundert mich auf. Wenn man hört, dass geheim bleiben soll, welche Unternehmen oder Interessenträger konkret beteiligt waren, dann frage ich mich, warum möchte man das geheim halten? Ich sehe dafür keinen Grund. Ich sehe kartellrechtlich überhaupt keinen Grund dafür. Und man kann sich dann schon die Frage stellen, was steckt hinter dem Wunsch nach Geheimhaltung? Also, das ist doch kein Zeugenschutzprogramm. Schützt das DIN die Lobby, die hier ihre Interessen vertritt? Unerwartet meldet sich der Abgeordnete aus dem Bauausschuss und kündigt überraschende Ergebnisse an. Zu diesem Zeitpunkt habe ich ein halbes Jahr recherchiert. Ich bin auf Vertraulichkeitsvereinbarungen gestoßen. Eine eidesstattliche Erklärung wurde unterzeichnet und immer wieder hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass die Gremien im DIN nicht ausgewogen besetzt seien. Das Deutsche Institut für Normung beteuert das Gegenteil. Kassem Taherzaleh hat in der Zwischenzeit mehr über die Besetzung der Ausschüsse erfahren. Wie sieht da die Zusammensetzung aus? Aber dennoch, wenn ich hier sehe, mit Wirtschaft 52% ist der Anteil dann noch zu groß. Klar, im Vergleich zu der Elektroausstattung etwas besser, aber im Gesamten... Kassem Taherzaleh ist Obmann für die Grünen im Bauausschuss. Nach unserem letzten Gespräch hat er Kontakt mit dem Vorstand des DIN aufgenommen und bekommt nach mehreren Gesprächen Einblick in die Besetzung der Ausschüsse. Das war eine Versprechung, die ich Ihnen gegeben habe damals, dass ich Ihnen gesagt habe, wir treffen uns nochmal zu einem Interview, ich spreche mit dem DIN-Ausschuss und das ist geschehen und jetzt sitzen wir gemeinsam wieder hier. Wie ist der Ausschuss für die elektrische Ausstattung von Gebäuden besetzt? Das ist einer der Ausschüsse, wo ich das eher auch kritisiere. Da haben wir fast 83% ist die Besetzung aus Unternehmen und Wirtschaftsverbänden vorhanden. Dabei beteuerte das DIN im Interview, es sei ausgeschlossen, dass eine Interessensgruppe mehr als die Hälfte eines Ausschusses besetzt. Heißt das, durch die Normung nutzt die Industrie die Möglichkeit, Kasse zu machen? Wenn knapp 83% der Besetzung von Unternehmen sind, dann ist es doch ganz klar, wer den Hut auf hat. Das sind die Hersteller, das sind die Produktentwickler in dem Sinne, die den Hut aufhaben und natürlich das Interesse haben, dass ihre Produkte, ihre Steckdosen beispielsweise, so viel wie möglich eingebaut werden. Aber nicht einmal der Bundestagsabgeordnete erfährt, welche Verbände und Unternehmen in den Ausschüssen mitarbeiten. Obwohl die Normen häufig in Gesetze übernommen werden. In Ländern wie Österreich sind all diese Informationen öffentlich zugänglich. Am Ende der Recherche sind nur zwei Ausschüsse, die ich recherchiert habe, ausgewogen besetzt. Der höchste Anteil an Unternehmen befindet sich im Ausschuss für die Elektroausstattung. Hier ist die Wirtschaft mit 83% vertreten. Ein Ausschuss für Schallschutz ist mit 64% Wirtschaft besetzt. Mein Eindruck, Probleme entstehen immer dann, wenn eine Gruppe den Prozess dominiert. Zum Beispiel in diesen Fällen die Wirtschaft. Im Interview hat das DIN erklärt, dass eine Norm zustande kommt, wenn alle interessierten Kreise in einem ausgewogenen Verhältnis am Tisch sitzen. Jetzt antwortet man auf Nachfrage, die Entscheidungsfindung findet in der Regel im Konsens statt. Die reine Anzahl der ExpertInnen der verschiedenen interessierten Kreise hat keine Aussagekraft, da sie nicht ausschlaggebend für die Entscheidungsfindung ist. Währenddessen verschärft sich die Krise im Wohnungsbau weiter. In Trier ist es Jan Eitel trotzdem gelungen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dank staatlicher Förderung und mit unternehmerischem Risiko die Vorschriften so weit wie möglich zu reduzieren. Die ersten Mieter ziehen ein. Dass hier auf manche Standards und Normen verzichtet wurde, müsste doch direkt auffallen, oder? Der Komfort ist gut. Also ich bin sehr zufrieden. Der erste Eindruck ist sehr gut. Dann kommt jetzt der große Moment. Auch Tina bekommt heute ihre Schlüssel und ist glückliche Mieterin einer Vier-Zimmer-Wohnung mit 90 Quadratmetern. Ich merke überhaupt gar keinen Unterschied zu irgendeiner anderen sehr hochwertigen Neubauwohnung. Es ist wirklich liebevoll gestaltet. Es wurde nicht einfach nur hochgezogen, sondern es wurde sich wirklich überlegt, wie kann es auch eine schöne Atmosphäre sein. Die Balkone sind toll mit der Holzgestaltung. Es wirkt fast wie Kunst. Dank staatlicher Förderung und ökonomischer Anwendung der Normen zahlt Tina unter 600 Euro Kaltmiete. Jan Eitel hat sein Versprechen also gehalten. Hallo. Hallo. Jetzt komme ich auch noch mitten im Pobel. Jan Eitel. Hallo. Freut mich. Sieht sie in einen, gell? Das ist mein Papa. Der kommt zum Schafen. Oder zieht er auch mit ein? Ich bin nur der Arbeitgeber. Sehr gut. Wie gefällt es dir bisher? Super. Also die Wohnung ist ein totaler Traum. Die Kinder und ich fühlen uns total wohl jetzt schon. Und ja, der war cool. Der ist ein Traum. Sehr schön. Perfekt. Ich bin mal gespannt, wird er dann auch gepflanzt, oder? Ja, natürlich. Sehr gut. Vor allem Fischenkräuter. Haha. Wir lieben. Genial. Kochen. Sehr gut. Und schon da, ja. Dann viel Erfolg. Vielen Dank. Und wie gesagt, wenn das ist, ich würde ja sagen, kann ich was helfen, aber es wäre gelogen, ich habe nämlich gar keine Zeit. Insofern viel Erfolg. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube auch, da geht noch viel, viel, viel mehr. Also insofern ist eigentlich mein Fazit, nicht stehenbleiben, weitermachen. Und ich würde mich freuen, wenn die Kolleginnen und Kollegen auch Lust haben, da in die gleiche Kerbe zu schlagen und zu sagen, Leute, lasst uns einfach mal wieder back to the basics, lasst uns wieder vernünftig werden und lasst uns die eigentliche Bauaufgabe lösen. Und die eigentliche Bauaufgabe ist, das Wohnraum zu schaffen, der bezahlbar ist. Mein Fazit am Ende der Recherche, der Staat muss den sozialen Wohnungsbau fördern, damit bezahlbares Wohnen überhaupt noch möglich ist. Aber auch die viel zu hohen Baustandards und Normen müssen dringend auf den Prüfstand. Vor allem, wenn sie undurchsichtig und auf demokratisch fragwürdige Weise entstehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.